Franti-Shek Rehag, 9 zu 4 gewonnen. Ihr habt euch das allererste Goal in der Nationalliga angeschossen. Ich habe gesehen, ihr habt noch mit den Fans gejubelt. Wie war das für euch? Ja, das war ein super Gefühl für mich heute. Das erste Nationalgoal ist immer etwas Besonderes für mich und ich bin sehr froh. Auch für die Mannschaft. Die Mannschaft hat mir geholfen. Wir sind eine super Gruppe da und das mit den Fans ist fantastisch für mich. Ich habe das noch nie erlebt. Du hast gesagt, eine super Gruppe, super Fans. Jetzt auch ein wichtiger Sieg nach vier Niederlagen. Was freut euch fast mehr am heutigen Abend? Ja, es ist besonders nicht zu viel gewonnen. Aber es war ein super Match. Ich glaube, jeder hat ein gutes Spiel von uns. Und wir haben mega Freude und mega Lust, dass wir immer wieder vorzeigen und auch für Fans jeden Match gewinnen. Und ich glaube, das war jetzt ein guter Start nach der Nazi-Pause. Wunderbar.